Herzlich willkommen im Gesundheitskanal Ihrer Apotheke. Sie haben ein Schüsselersalz mit der Bezeichnung 6 und dem Inhaltsstoff Kalium-Sulfuricum in Ihrer Hand. Wir informieren Sie jetzt, wozu es eingenommen wird. Kalium-Sulfuricum wird als Lebersalz oder auch allgemein als Salz für die Entschlackung bezeichnet. Es fördert die Ausscheidung von Ballast, also die Entgiftung des Körpers. Daher wird es zum Beispiel nach einer Zeit des Sündigens eingenommen. Haben Sie also mal zu viel gegessen oder getrunken oder einfach zu wenig Schlaf gehabt, dann ist das 6er-Salz genau das Richtige für Sie. Ihr Therapeut kann Ihnen auch sagen, welche Kombinationen mit anderen Salzen bei diversen Hauterkrankungen sinnvoll sind. Sie wollen mehr zur Therapie nach Dr. Schüßler wissen? Kommen Sie doch einfach zu uns in der Apotheke. In einem persönlichen Gespräch beraten wir Sie gerne. Außerdem halten wir eine Auswahl an Büchern zur Selbstmedikation für Sie bereit. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, besuchen Sie unseren Videokanal. Dort erhalten Sie kurz und kompakt weitere Informationen. Vielen Dank. Vielen Dank.